Ja, guten Tag! Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Jurassic World Evolution. Ja, beim letzten Mal, da konnten wir schon mal die große Mission vom Isaac freischalten, die auf der letzten Insel. Ja, und schauen wir mal, was jetzt auch so alles passiert, ne? Benutzte sie die Verwaltungsansicht, um mehrere nützliche Einblendungen ihrer Inselanlagen zu begutachten? Ja, das haben wir, glaube ich, auch schon erkannt, ne? Der Triceratops, Ellie, der war immer mein Favorit, als sie noch ein Kind war. Und jetzt habe ich einen gesehen. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Dr. Alan Grant. Okay. Das war, wie gesagt, noch die große Mission. Und einmal... Badger-Team. Haben wir. Achso, er war... Reparieren. Kriegt der irgendwie schon... Nee, nee. Expressionen abgeschlossen, das ist wichtig. Weil, äh... Erstmal haben wir ja nur ganz viel. So, und hier haben wir noch ein bisschen Gold. Und dann schauen wir mal wieder... Weil wir wollen ja eigentlich den Steckos aus und nicht hier so ein Mist hier. Dann haben wir hier den... Äh... Ja, hier aber. Und hier war der auch noch. Wichtig wäre jetzt... Weil... Sind da auch Fleischfresser bei. Das war ein Fleischfresser-Gege machen. Am besten hier so, ne? Erstmal... Und was Profitans... Ja. Erwirtschaften Sie mindestens für 300.000 Dollar durch den Verkauf von Expeditionsfonds. Ja. Können wir wohl hin. Ja, das ist hier gut. Ja, das geht irgendwie nicht. Das Spiel reagiert nicht. Puh, da muss ich ja wohl neu starten, ey. Verbessern Sie die Sichtbarkeit in den Sorge. Mithilfe gut positionierter Beobachtungsgalerien, Beobachtungsplattformen, Gyrosphären und Einschienenbahnen. Jo. Das machen wir auch mal irgendwann, ne? Ich besitze eine Insel vor der Küste von Costa Rica. John Hammond. Das war wieder hier. Trotzdem sollten wir hier das Fleischgehege mal bauen. Das könnten wir ja einfach hier nicht mehr machen. Also ist ja eigentlich sehr viel Platz. Geld ist eigentlich im Montal auch nicht so das Problem. Na ja, da können wir nämlich... den T-Rex auch freilassen. Ja. Bauen Sie Besucherschutzraum und gesamte Schutzraumversorgung auf 40% erhöhen. Das ist das hier natürlich. Na ja, da machen wir ja auf jeden Fall hier so einen Schutzraum. Hier machen wir den mal ein Fein. Scheiße, das hat dann schon erledigt, das Problem. So, fotografieren Sie einen Dinosaur, der schläft. Das will sowieso nix. Machen wir auf Trab N. Ja. Machen wir da für einen anderen. Machen wir dafür. Hier vom Lembert mal ein. Die Sicherheit unserer Gäste hat natürlich oberste Priorität. An zweiter Stelle steht jedoch die Verbesserung unseres Sicherheitsprofils. Und dieser Auftrag könnte uns dabei helfen. Ich glaube nicht. Aber es ist wichtig, dass Sie darüber nachdenken. Schießt Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto als Dinosaur, der einen Kadaver frisst. Ich glaube nicht. Zwei Minuten bis zum nächsten Auftrag, okay, weil ich abgebrochen habe. Naja. Tja. Nicht ausreichend. Machen wir da noch. Hier. Hier machen wir einfach nochmal. Oder doch? Ja. Das ist sehr schön. Ich will auch erst trotzdem vom Lembert. Ich suche immer nach Möglichkeiten, die Sicherheit hier zu verbessern. Ich bin der Meinung, dass uns dieser neue Auftrag dabei helfen könnte. Denken Sie darüber nach. Ja. Behalten Sie zwei Minuten lang. Eine Gesamtbesucherzahl von mindestens 2.200 dabei. Yo. Menschen haben Angst vor Dingen, die sie nicht verstehen. Aber diese Insel und die Dinosaurier, die auf ihr Leben, können diese Angst verwandeln. In Hoffnung vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber der Schlüssel ist, so viele Leute wie möglich hierher zu bringen. Ja. Das wäre schon nicht schlecht, ne? Na. Wir haben mal eine Toilette. Vielleicht ist das... Achso, weil da ja Licht installiert ist. Deswegen braucht die natürlich Strom. Ist natürlich logisch, ey. Wobei, dann muss sie eben... Keine Ahnung, müsste auch wieder ein Fenster verbaut werden. Komm, so machen, ey. Ach, hier. Hier geht. Dann wäre ich die Toilette einfach weg. Ja. Und hier, das läuft ja schon. Aber es ist ein fähiges Genom. Sehr gut. Apathos aus. Ich kann Ihnen nicht befehlen, diesen neuen Auftrag anzunehmen. Aber ich wünschte, ich könnte es. Er geht wirklich gut. Fähes hier mit Hilfe des Explosionszentrums ein Fleischfresser-Fossil. Ja, sehr gut. Ja, guck mal. Diese Mission ist dank Ihnen ein Erfolg. Ja, sehr gut, ne? Dann machen wir jetzt von der anderen, von der Doha mal. Damit hier keiner auf böse Gedanken kommt. Bullen Sie einen Kano Taurus aus und lassen Sie mit einem Dinosauberwert von Miss 309 holt Sie frei. Okay. Haben wir den? Kano Taurus. Wahrscheinlich, ne? 391, okay. Das ist aber 409, aber keine Ahnung, ob der. 4 Millionen kostet der. Ja, komm, einmal machen wir. Was sieht eigentlich mit dem Spinosaurus? Wir sind jetzt nur bei den Spinosaurus. Ich will das aus, 100%. Sehr gut. Dann lassen wir den mal frei. Da ist der Kano Taurus mit einer über 400er-Bewertung. Neues, voll schnelles Genom. Sehr gut. Wo ist das denn für ein Vieh, ey? Sie haben bei diesem letzten Auftrag wirklich gute Arbeit gelassen. Das dürfte unsere bisher beste Forschung sein. Ja. Und das sagt einiges, wenn man bedenkt, wo wir sind und was wir machen. Mhm. Hygiene-Übertragung, achso. Ja. Es gibt da etwas, wovon wir beide profitieren können. Dadurch wird unser Ansehen in der Organisation steigen. Ich an ihrer Stelle wüsste, wie ich auf dieses Angebot reagieren würde. Ja. Mit einem Genom von 100% Ausbildung freilassen. Apatosaurus, Triceratops, Metriazantosaurus, Kentrosaurus, Pentaceratops. Stell dir sicher, dass alle Dinos zusammen untergebracht sind. Ja, Missionsschaden, aber... Nein, machen wir nicht. Nicht jetzt, geht das? Noch ein. No. Machen wir den hier natürlich. Dann nehmen wir mal. Können wir hier hin. Können wir hier hin. So, und jetzt? Sollte der betäubt sein, ne? Verkauft der natürlich. Ja. So, und jetzt können wir auf jeden Fall hier schon mal die anderen hier schon mal ausdrücken. Wir haben ja alle. Spä... Warte mal, erst mal gucken wir mal. Spinosaurus, Bewertung 350. Achso. In diesem Fall haben Sie eine Gelegenheit genutzt. Gut gemacht. Mhm. Spinosaurus. Na, 4 Millionen erst mal. Passe mal machen wir als erst den T-Rex. Das müssen wir hier machen. Äh, 340er Bewertung. Da ist er schon. Zu teuer. Ja. Wahrscheinlich ist das ja auch, äh, so ein bisschen das Ziel. Von den Spieleentwicklern, weil das... Die Mission kostet sehr viel Geld. Muss sehr viel investieren. Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Mhm. Erzählen Sie mir jetzt 5.000 Dollar Einnahmen pro Minute. Ich gestern lange im Park. Okay, das fehlen wir. Aber das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, ich würde aber dann erst mal sagen, das war's dann erst mal. Bewert doch mal ruhig den Teil. Und bis dann. Tschüss.